Schaut lecker aus, ne? Vielleicht müssen ta- Aua, auala, ha, puh, puh. Man muss einfach mal auf Sachen ausprobieren, die schief gehen, um daraus zu lernen. Hallo, schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Beim letzten Video habe ich euch ja gezeigt, was meine sieben mir wichtigsten Gegenstände sind, die ich immer dabei haben möchte, wenn ich auf Tour bin. Und heute möchte ich euch zeigen, was denn passiert, wenn ich zum Beispiel meinen Edelstahlbecher verloren habe oder wenn ich ihn vergessen habe, was auch immer. Und deswegen möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, wie ich von so einem Stück Lehm zu einer Schale komme, in der ich eben mein Wasser auffangen kann und notfalls sogar abkochen kann. Bleibt dabei! Was brauche ich also dazu, um mir so eine behelfsmäßige Schüssel zu bauen? Als erstes natürlich das Rohmaterial und das ist in meinem Fall jetzt hier Lehm. Bei uns in Franken ist es so, dass man relativ schnell an Lehm kommt, wenn man in der ersten Schicht Erde, wenn man die weggräbt und ein bisschen tiefer kommt, dann findet man immer wieder einzelne Schichten mit Lehm. Der hier lässt sich jetzt schon halbwegs gut kneten. Ich brauche aber jetzt dann auch die nächste Zutat dazu, damit er sich eben besser verarbeiten lässt. Und das ist Wasser. Und jetzt sagt ihr, warum wache ich mir eine Schüssel, wenn ich doch eine Flasche dabei habe. Wir sind ja in einem Szenario. Ich möchte jetzt einfach euch fürs Video leichter machen, dass ich nicht immer runter muss zum Bach und mir immer wieder Feuchtigkeit holen muss. Deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen Wasser mitgenommen, damit ich es fürs Video euch leichter vorstellen kann. Weil ihr seht, hier der ist schon leicht bröselig, der ist nicht ganz feucht genug. Und deswegen werde ich den jetzt erstmal noch anfeuchten, um dann danach eine Schüssel zu formen. Das war aber noch nicht alles. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist dann, wenn wir die Form geknetet haben, dass wir diese Schüssel dann auch ausbrennen. Und dazu mache ich mir einfach ein Feuer und brennen das dann ordentlich aus. Das dauert eine gewisse Zeit lang, aber dann ist es richtig schön hart und ich kann tatsächlich dann Wasser reinfüllen. Ich habe natürlich auch schon vor dem Video hier ausprobiert, und rum experimentiert, damit ich weiß, was so ein bisschen funktioniert und was nicht. Ich probiere es aber jetzt trotzdem das erste Mal, das Ganze hier zu brennen. Hier ist meine erste Schüssel. Die habe ich ausprobiert, einfach in so einer Halbrundform zu machen und habe sie trocknen lassen. Also an dem, die muss auch noch gebrannt werden. Ihr seht, beim Trocknen sind hier schon einige Stellen rausgebrochen. Trotzdem ist sie noch dicht. Dann habe ich eine Form probiert, die man vielleicht jetzt noch erahnen kann. Hier ist quasi flach. Also ein glatter, flacher Boden unten und dann einfach die Wand hier hochgezogen. Das Problem war, dass diese Form anscheinend beim Trocknen komplett porös wird. Also hier haben sich ganz schnell schon Risse gebildet und schon beim normalen Austrocknen am Tag, unter dem Tag, hat sich das hier schon zerlegt. Deswegen würde ich sagen, als Erfahrungswert, ich würde immer Schüsseln machen, die diese Halbrundform haben, weil die anscheinend an sich schon stabiler sind. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stückchen von dem Lehm. Ausreichendes Material. Ich würde euch empfehlen, nicht zu viel zu nehmen, weil je größer natürlich die Schüssel wird, desto größer muss nachher auch das Feuer sein, um die Schüssel auszubrennen. Und ich möchte heute das Ganze in einem Hobo machen. Ich nehme mir jetzt hier ein bisschen Wasser und schütte mir jetzt mal ein bisschen was drüber. Das ist eine ordentliche Sauerei, ich weiß. Aber der muss noch knetbarer werden. Also ihr seht, wenn der so bricht, dann ist es noch zu wenig. Noch mal ein bisschen Wasser. Es ist halt so, dass man nehmen muss, was man kriegt. Dadurch, dass ich den jetzt nicht einweichen lassen kann oder sowas. muss ich jetzt einfach damit improvisieren, was ich hier habe. Und wie gesagt, das ist ein Versuch von mir. Ich sage nicht, so funktioniert es und so müsst ihr es machen, sondern wir probieren das jetzt einfach mal gemeinsam. So, schaut lecker aus, ne? Wenn ich das gut durchgeknetet habe, dann mache ich da draus eine Kugel. Das ist jetzt meine Grundform. Und dann drücke ich in der Mitte jetzt ein Loch rein und arbeite mich jetzt um den Rand herum immer leichtes drehen und drücken, drehen und drücken, sodass jetzt dann Schritt für Schritt immer mehr sich die Form einer Schüssel ausprägt. Wenn jetzt hier so kleine Risse entstehen, habe ich jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die können wir nachher wieder zumachen. Brauchen wir mehr Material als unten. Deswegen arbeite ich mich jetzt so von unten nach oben durch und bewege schon hier das Material ein bisschen nach oben, immer mit dem Daumen von innen nach außen. Jetzt bitte fragt mich nicht, was denn die ideale Wanddicke ist davon. Da habe ich keine Ahnung. Ich mache das einfach so, dass es sagen wir mal so vier Millimeter ist, denke ich mal. Jetzt verschmiere ich Risse, die innen drin sind ein bisschen. Ich weiß da welche sind. Ich schaue es mir von außen nochmal an. Und natürlich obendrauf. Wenn jetzt hier Risse sind, da macht es Sinn, diese Risse schon zu versiegeln. Ihr könnt auch immer wieder ein bisschen Wasser nehmen, um das feucht zu halten. So. Hier ist ein großer Riss. Den muss ich verschließen hier. So. Also gut. So schaut das Ganze jetzt aus. Ihr seht jetzt, das ist unten ja auch rund. Was ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, beim letzten ist, dass ich das ein klein bisschen angedrückt habe. Ganz leicht. Dass ich eine gerade Standfläche habe unten. So dass die Schüssel nicht mir nachher nicht umkippt, wenn was drin ist. Jetzt ist die Form mal fertig von meiner kleinen Lehmschüssel. Und jetzt muss das Ganze aushärten. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Ich habe mal im Internet nachgelesen, das soll jetzt zumindest mal ein bis zwei Tage trocknen. vielleicht nicht unbedingt an der Sonne direkt trocknen lassen, aber an der frischen Luft, so dass eben die Feuchtigkeit noch entweichen kann. Weil wenn wir das in dem Zustand jetzt schon brennen würden, dann wird zum einen natürlich die Form nachgeben, weil das noch sehr weich ist. Und zum anderen, durch die viele Feuchtigkeit, die da drin ist, die würde dann schlagartig entweichen wollen und dann zerreißt natürlich unsere Schüssel. Deswegen lege ich die jetzt einfach hier hin und während die jetzt trocknet, ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass ich eine Schüssel schon vorbereitet habe. Die ist jetzt eben schon getrocknet und mit der möchte ich jetzt mal den Brennvorgang versuchen. So, ich habe mir jetzt mein Hobo schon mal angezündet, habe auch schon ein bisschen Glut entwickeln lassen. Ich werde jetzt einfach hier meine kleine Schüssel da reinlegen und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich schiebe jetzt mal die Glut ein bisschen zur Seite und lege jetzt hier die Schüssel nicht sofort in die Glut, sondern ein bisschen nebendran. Also ich habe jetzt hier erstmal die Schale hingelegt, nebendran. Ich werde jetzt hier auch mal nachfeuern und dann Schritt für Schritt die Schüssel mehr und mehr in die Glut reinlegen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir werden es sehen. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt die Schüssel in die Glut reingelegt und habe sogar in die Schüssel auch ein bisschen Holz rein, sodass sie jetzt von innen hoffentlich anbrennen sollte und genügend Hitze sich entwickeln sollte. Jetzt erhöhe ich die Temperatur noch ein bisschen, dass es auch richtig schön durchbrennt und dann habe ich ehrlich gesagt keine Erfahrung, wie lang das sein muss. Ob das jetzt wirklich mehrere Stunden sein muss oder ob es jetzt langt, dass ich ihn jetzt eine halbe Stunde hier durchgebrannt habe. Es ist natürlich jetzt in dem Hobo nicht die ideale Möglichkeit meine Lehmschüssel zu brennen, aber ganz ehrlich, dieser Flexfire 6 ist natürlich so groß, dass ich mir gedacht habe, das ist total praktisch, weil ich muss hier nichts an der Natur kaputt machen, schädigen, sondern ich kann das direkt in meinem Hobo tun. Ich habe übrigens den Flexfire 6 in einem anderen Video auch schon mal vorgestellt. Da verlinke ich euch hier oben auch nochmal das Video dazu. Ich werde jetzt noch mal eine halbe Stunde das Feuer hier am Leben halten und dann hoffen, dass meine Lehmschüssel auch überlebt und auch durchgebrannt ist und dann probieren wir nachher mal, ob da drin Wasser zum Halten ist. Ich bin echt schon sehr gespannt, weil ich habe keine Ahnung, ob es klappt oder ob alles schiefläuft. Auf jeden Fall ist es jetzt schon ordentlich schwarz geworden. Ich habe natürlich jetzt immer von oben aufgelegt und hoffe, dass aber auch genügend Hitze von unten kommt. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht, das Feuer brennt jetzt langsam runter. Die Asche habe ich schon ein bisschen rausgeklopft aus dem Schüsselchen, aber leider, hier sieht man schon, hier ist ein Riss entstanden. Der zieht sich auch relativ weit nach unten. Hier ist leider was abgeplatzt. Ist relativ dünn. Dementsprechend ist leider der Versuch missglückt. Naja, kann auch mal passieren. Ich werde jetzt die Schüssel rausholen und die Asche hier noch gar entleeren. Sie klingt schon ganz anders, aber wenn ihr jetzt mal seht, also hier hinten, so dick war eigentlich mal das Material. Hier seht ihr es. So dick war mal hier das Material. Das hat es jetzt alles abgesprengt, bis auf ein ganz kleines, dünnes Häutchen quasi. Vielleicht müssen... Aua! Aua! Puh! Puh! Heiß! Vielleicht muss ich tatsächlich diese Wanddicke in Zukunft dünner machen, dass es nicht so viel Spannungen gibt. Hier sehen wir, ist leider ein Riss, der geht ziemlich weit nach unten durch. aber innen drin, hier schaut es doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich werde nicht aufgeben, ich werde es auf jeden Fall demnächst noch mal probieren. Was jetzt richtig cool wäre, wenn ihr mir Tipps geben könntet, was ich falsch gemacht habe. Vielleicht habt ihr sowas schon mal ausprobiert. Ich weiß nämlich nicht, woran der Fehler gelegen ist. Ob ich es vielleicht zu dick gemacht habe, ob es vielleicht langsamer hätte erhitzt werden sollen. Das wären einfach so ein paar gute Tipps, die ihr mir geben könntet. Ich würde mich freuen. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ich hätte besser machen können damit, so dass ich das nächste Mal tatsächlich einen Lehmtopf, ein Lehmschüsselchen mir brennen kann. So wie ich es momentan gemacht habe, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert und deswegen freue ich mich auf eure Kommentare. Auch wenn es nicht geklappt hat mit meiner Lehmschüssel, hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gebt mir auf jeden Fall in die Kommentare Tipps und Tricks, damit ich das das nächste Mal besser machen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß draußen in der Natur und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ich fand, es hat Spaß gemacht, sowas mal auszuprobieren. Habe ich noch nie gemacht und man muss einfach mal auch Sachen ausprobieren, die schief gehen, um daraus zu lernen.